4. Serie der Damen über die 400 Meter, 5 Serien stehen an, Alena Riva sehen wir dann auf Bahn 2, sie entledigt sich nun ihrem T-Shirt und platziert sich da vor ihrem Startblock, Joel Bruin, TSV Galgenen, sehen wir hier ganz gross im Bild, sie dann auf Bahn 3 ins Rennen gehend. Gross im Bild nun, Alena Riva, die 4. der U23, Schweizer Meisterschaft des letzten Jahres, Joel Bruin, 6. der U20SM letztes Jahr, Daniela Widdler, TV Muttens Athletics, Karin Disch, PTV Chur Leichtathletik, 4. der U23, über 400 Meter Hürden, Meret Schirrmeister, LV Winterthur, 5. der SM, über 400 Meter Hürden des letzten Jahres und dann von LGB Bodensee, Linda Peter. Hier die persönlichen Bestleistungen im Bereich von 57 bis 58 oder 59,05 bei Meret Schirrmeister, die Saisonbestleistungen im Bereich von 58,5 bis 59,5, also das wird auch wieder eine sehr knappe Angelegenheit geben, mit einer vielleicht leichten Favoritin auf Bahn 4, Daniela Widdler. Von innen nach aussen, Riva, Genf, Bruin, Galgenen, Widdler, Muttens, Disch, Chur Leichtathletik, Schirrmeister LV Winterthur und Linda Peter dann auf der Aussenbahn. Und es ist Widdler, die mit einem horrenden Tempo Dampf macht auf den ersten 200 Meter, aber ob sich das dann ausgeht, zum Schluss, das werden wir sehen, aber mit einem fulminanten Start, Daniela Widdler von TV Muttens Athletics. Sie mutet sich da einiges zu, 58,61, ihre Saisonbestleistung. Und es ist Widdler, die da klar führt, aber nun wird der Schritt schwer, die anderen holen auf, es ist die Bahn 2, Riva und es ist Riva, Alena Riva, die zum Schluss das Rennen für sich entscheidet. Und 58,39, ihre inoffizielle Siegerzeit, das ist neue Saisonbestleistung und ganz, ganz knapp an ihre persönliche Bestleistung herangelaufen. 58,25 aus dem Jahr 2017.